Wir klippern und klappern den englischen Gruß, den jeder katholische Christ beten muss. Wir klippern und klappern den englischen Gruß, den jeder katholische Christ beten muss. Wir klippern und klappern den englischen Gruß, den jeder katholische Christ beten muss. Wir klippern und klappern den englischen Gruß, den jeder katholische Christ beten muss. Wir klippern und klappern den englischen Gruß, Wir raspeln jetzt die zwölfte Stunde, die zwölfte Stunde, Wir raspeln jetzt die zwölfte Stunde, die zwölfte Stunde. Wir raspeln jetzt die zwölfte Stunde, die zwölfte Stunde. Wir raspeln, die zwölfte Stunde. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020